Hallo? Doppelpiece, hier ist wieder Tanzerbote. Ja, und Bruder, ich bin hier gerade am Stream. Ja, ja, alles gut, Diggi. Alles gut, wie geht's hier? Ich muss jetzt auflegen, tschüss. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Das ist echt... Was soll denn die Puppe da wieder, Alter? Boah, das kann nicht sein, Alter. Oh. Ich hab ja nicht mal so ne Haare. Alter, Kailu sieht aber so gefährlich aus, Bruder. Liebe Grüße an meine Klasse. Okay. An meinen Hund Kailu. Cool. Du machst das immer. Wenn du alleine bist und ich nach Hause komme, dann wünschst du mir immer nen Kuss. Gib mir nen Kuss. Gib mir nen Kuss. Danke. Ja, hi. I just wanna kiss you. Ja, super, mein Küsschen gegeben. Baba Optik, ehrlich. Was? Du hast die auch ins Spiel geschafft, nicht schlecht. Formcheck. Bruder, Alter. Da fällt mir ein, Alter. Ich wollte mal wieder Streichhölzer kaufen. Boah, du frisst grad das halbe Gerät auf, du, Alter. Zwei pro Minute. Jetzt guck ich. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du hier geblasen hast. Da bin ich auch mal gespannt. 2,0 Promille. Erst oben, erst oben. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Ich bin tot. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, du und ich auch. Sag mir nicht, du bist der Schlüssel. Negativ. So, und da ist der Nächste. Den müssen wir gar nicht festnehmen. Das ist, denke ich, ne Ausreise, oder? Ja. Ohne Ruhe. Bann den direkt für zwei Wochen, Digga. Und das war's. Und er ist weg. Wissen Sie, wo das PD ist? Okay. Da haben wir den nächsten Kandidaten. Trimax. 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 Ich liebe dich. Trimax. Alter, wurde ja schnell gebannt. Ich wurde immer noch nicht gebannt. Trimax. 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 Okay, ladies and gentlemen. Wir gehen runter. Bunte Spiele weniger. Hey. Ich hab einen roten Benz, dank Onlyfans. Ich glaub, ich bin jetzt mehr und mehr. An wen erinnere ich euch, sag mal ganz ehrlich. An welchen mit diesem Kamm, an welchen internationalen großen Stream erinnere ich euch gerade? Yo, Doc. Hey, you're doing and welcome. How are we doing? An der Stelle wieder einfach mal schnell. Gut gemacht. Oh, kein Handschlag. Das wird wahrscheinlich irgendwo landen. Ich hab einen Kamm. B-a-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mann, hau ab! Sch***, Swap up, bitte Bob up. Wer schreibt denn solche Tränzlieder? Charlie, Fiener, gut 5er. Ist gut, wir lesen sie nicht mehr fort. Ich mach minor auf und war mir beim Ausgarten auseinandersetzt und ich weiß nicht mehr, was ist das denn? rate! Toutes gente abläuft da DTE 111 Deziliaden, 111 Deziliaden, 111 Deziliaden, 111 Non-Elei, 111 Sigtilienen, 111 Sextiliaden Oktillionen? Alter, hab ich noch nie gehört! Oh, jetzt Hose runter, Junge! Oh Gott! Ey, yo! Lange Unterhose, wie konnte ich das vergessen? One, two, three, four, five! Auch wieder beim Berger! Einfach ich in diesem Tennisspiel. Ja, also ihr wollt jetzt von mir wissen, wie ich Millionär geworden bin. Das ist ganz einfach. Zielstrebigkeit. Ihr müsst absolut zielstrebig sein, weil sonst wird das nicht. Durchhaltend. Nur weil ihr mal einen Niederschlag erlebt, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr aufgeben sollt. Willenskraft ist alles. Willenskraft. Merkt euch das. Oh, da hinten liegt ein Jumphead. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Äh, ich riskiere es. Mit Spider-Man, okay? Nein? Ja, okay. Okay, noch ein Versuch. Scheiß! Das war so scheiß! Alle, die im Stream sind, ich hab ein Clip auf Instagram. Darf ich meinen Instagram? Ich hab ein Clip auf Instagram, wie ich Mongrel gekriegt habe. Ist irgendwo noch einer? Oh, das juckt ja keiner. I like it, you and your mess! Boah! Äh, wo bist du live? Ich bin live auf... Tinder? Tinder suchst du ne Freundin? Ne, ich bin live auf Twitch. Ach so, okay. Ist eins, zwei, drei. Das ist wirklich ein Gewinn, wie ein Casino. Oh, echt? Ja. Sehr gut. Woher weißt du, was ein Casino ist mit 10? Äh, Montek. Oh, super. Okay, gut, gut. Ja, wahrscheinlich. Früher war anders. Früher saß du jede Woche mit einer anderen Projekte hier. Jetzt ist so. Auch gut. Gut. Einfach mal alle Frauen, die bei mir waren als Projekte, bezeichnet. Ich würde ja gerne sagen, so, was ist denn das für eine? Was macht denn ihr für eine dämliche Sch*** im Internet? Digger. Ja, und dann komme halt ich. Soll doch jeder machen, was er möchte. Bruder, ich will auch die E-Zigarette, die traurig wird, weil ich wieder dran ziehe. Wo hast du das her? Seit wann Quarztanzverbot? Seit wann Kra- Au, der sich die, die harten Nikotin-Lümmel reiht, alter. Das ist die Zahnbürste. Ja, nix, ich fau mal. Na, wie Elon Musk, er kommt rein. Oh, ich hab doch... Schade. Ich hätte so gern eure Quill. Prime, sag's jetzt. Oh, da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017